Und nebendran, bekacken sie es. Ja ist klar, da war ein scheiß Pilot zwischen uns. Boah, sag doch wo er ist. Ja, das kann ich nicht beschreiben. Alter, das geht gerade ab hier wie Schmidtskatze. Heyo, liebe Leute. Ein herzliches Willkommen einmal mehr. Mit uns, Bob Pain in Game. Und zwar im Battlefield. Heute zusammen mit Penny und Joel. Und mir dem Blee natürlich. Schleppchen, schleppchen, schleppchen. Nichts ab, bittsch. Stimmt, was gibt es? Schleppchen, schleppchen, schleppchen. Nichts ab, bittsch. Schleppchen! Ah, fast habe ich den Sniper aufs Feld bekommen. Ich habe ihn gekriegt. Oh, sehr gut. Vorsicht, Garnade. Ich weiß, wo er ist. Oh, der kommt hier. Alter, noch einer. Oh, nur noch eine HP. Nur noch eine HP. Ja, da ist oben einer. Oh, er kriegt Sniperfeuer. Wo ist der? Ah. Oh, und ein. Alter, scheiße. Gegnerisches Fahrzeug. Alter. Und wo jetzt noch? Alter, das geht gerade ab hier wie Schmidtskatze. In welchem Sonnenschiff. Ja, diese Sniper oben. Oh, da kommen wieder welche. Warte mal. Wo? Wow. Oben hier. Ja, oh Mann, einen habe ich gekriegt. Die kommen alle gerade runtergesprungen von dem Dach. Die kommen alle wieder gesprungen. Alter, Alter. Oh, F***. Wir haben Einsatz in dieser Alpha verloren. Wir greifen das Ganze mit dem Arm. Joll. Takt. Ach, ich tue. Ui. Äh. Er muss ja immer mit dem Panzer rumfahren. Ja, das geht nicht als Sniper hier gerade bei A. Kannst du knicken einfach. Knorkel geht es dir gut. Ja. Von dir. Komm, wir schnappen. Alle, warum? Du schießt ins Nichts. Ich schieß nicht ins Nichts. Ich gebe denen allen nur Hits. Alter, von rechts wieder. Alter, wie viel schlucken die. Nächster, ey. B***. Kannst du dir eh das? Alter, ja. Mit der Saiga verkampen sie sich. Okay, unten sind sie voll. Ja, oben auch. Sind überall. Ich verteidige halt mal, ey. Ja, klar, ich seh einfach nix. Ja, ich seh auch nix. Rettet mich. Versuch's. Wo bist du? Oh, ja, klar, ey. Oh, Mann. Ja, komm, ey. Ja, ich hab zwei getrafft mit einem Schuss. Wuhu. Alter, komm, ey. Holy force, oh, shit. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja. Alter, der lag dann. Kommt da einer durch, ey. Also, komm, ey. Danke. Ich würde sagen, durch Richtung B, oder? Ja. Ja. Ja, es springt. Da. Wo ist er? Wer animiert mich da? Nicht nett. Geil. Der wird's halt ablenmen mit dem 60. Uli, vielleicht krieg ich dich. Ja. Einfach erstmal nur den Splinter reinballern. Ich probier's von außen. Die Saiga. Ja. Wer hat gesagt, wir kommen da unten mehr durch. Geil. Geil. Achtung von hinten. Von der anderen Seite. Ja, aber. Hätt nur einer, ey. Du lebst aber noch. Ich leb noch, ja. Ach, von hinten. Ach, von der Seite. Von allen Seiten. So. Äh, wieso bin ich Squatty? Ich will kein Squatty sein. Wieso? Du bist doch ein guter Squatty. Und ich muss mal mein Ding... So schwer ist es nicht und du kriegst fett Punkte. Ich weiß das nicht. Also schwer ist es sowieso nicht. Ja, also was beschwert es dich dann? Du kannst ja auch ein schlechter Squatty sein, wenn du nicht willst. Ne, ich hab das jetzt... Jetzt hab ich's umgeändert. Ich hab das... Ups. Ich hab das nur nicht gemocht, dass... Ihr seid nicht eigentlich alle. Nein, ich renne Richtung A. Ich bin noch bei Dings B. Okay, ich geh mal hier halt zu A. Battlefield hat gerade funktioniert, aber echt scheiße. Oh, da ist noch einer. Wir warten. Nein. Ich nicht. Ich hätte was sagen können. Alter. Ich hab beide. Sehr gut. Also hier irgendwo kam auch einer. Oh, ich bin ziemlich kaputt. Den hatte ich auch. Bin auch ziemlich kaputt. Ich nicht. Okay. Obwohl... Ich bin halt bei 70. So ein bisschen kaputt bist du auch. Ich komm zu. Ich komm doch ein bisschen kaputt, du meinst. Ja, von rechts. Alter, da liegt er! Da liegt er! Oh, das liest so gut. Jetzt nehmen wir das Boot. Oder machen wir die erst platt? Wir haben zuerst nur platt. Alter, halt's auf! Das schluckt er wieder! Alter, komm! Nicht der Ernst! Jetzt! Boah! Und... Schluckt! Was? Ist klar! Junge! Ich bin übrigens so dabei. Ich bin übrigens so dabei. Ja, komm ey! Meine Güte mit 5 HP! Ich hätte er ja genauso gut aufhören Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, da kommt er auf einmal aus dem Gebüsch raus Ja, da haupt doch einer Ja Da Haben ihn Und dann auch weiter Du haben ihn Yo, fahr mal im Boot rüber Mit dem kommst du nimmer rein Doch, er könnte uns Wasser messern Achso Nächster, du kannst dich nicht abhauen Wo? Rechts Wo? Ich hab grad von rechts einen abgekriegt Auf dem händen Alter, Sniper von rechts auf dem händen Ja Ja Dumme Dispo Da springt sie ab Ja Alter, nein! Fuck Fuck Ich hätte nur noch eine Kugel Und ich hab's nicht gemerkt Und ich hab's nicht gemerkt Alter, nee, hier Bei mir ist noch einer Bei mir ist noch einer Und ich hab's nicht gemerkt Ja Ja Geil Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Ja 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 Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Oh, jetzt kommt der Sturm Nein, das ist groß Auch vollen Meilen Vielleicht auch so gezogen Alter, komm! Nicht nur Dass ich den eingegeben hab Dann schluckt der andere wieder 190 Brennen die Dinger also auch unter Wasser Anscheinend Ja gut, wenn es mit Magnesium oder Natrium geht, gefühlt ist es schon, ja. Sehr gut. Ich bin so negativ in der Aufnahme, was los? Schau dir mal den KD an, aber blend sie nicht ein, bitte. Nicht, jetzt habe ich gerade einen Run gehabt und du so, äh, ich bin so krank am 1, Mann, auch ganz schwer. Du musst mehr so, wuuuuh, du musst mehr so, wuuuuh, jammern. Weil das ist ja schon soweit, euch ja schon die Mucke und da ist es rum. Okay, ja ich finde das war es genug für heute.